Hallo, ich bin der Hele Moser, Defensivspieler. Hallo Hele, du bist ja ein weiterer Rückkehrer. Wieso hast du gedacht, dass du nochmal für den SVR spielst? Grundsätzlich bin ich für die U23 gedacht, dass ich aushelfe, dass ich junge Spieler heranführe und dass ich auch Spaß beim Fußballspielen habe mit einer guten Truppe, die sie auch sind. Super. Was sind deine Ziele? Ja, wie gesagt, Ziele sind einmal Spaß am Fußball zu haben und wenn es geht, junge Spieler bei Problemstellungen zu helfen. Okay, und jetzt sind wir schon am Freitag angelangt. Wie gefahrt ihr das Trainingslager bis jetzt? Was sind deine Eindrücke? Ja, das Trainingslager ist sehr gut aufgebaut. Das Trainerteam leistet sehr gute Arbeit. Die Spieler zieht eigentlich recht gut mit. Es sind wenig Vorkommen, dass sie passiert oder eigentlich vorkommen. Das Wetter ist traumhaft, also ich bin richtig froh, dass sie dabei sein dürfen. Super, dann danke fürs Interview und herzlich willkommen beim SV Rohrbach. Dankeschön. Danke. Danke.